hallo auf unserer kleinen farm heute aus dem kofferraum vom bus mal gezeigt hier unserem hof hier wird nachhaltig holz gespaltet erst wenn es wieder hinausgeschlagen hat und richtig angewurzelt und getrieben hat natürlich darf nicht fehlen unser kleiner gut er guckt gerade so sind wir heute für heute gewaschen und gekämpft und verabschieden uns mit einem und nur wieder und gute nacht bis später